Geben, Herr Vater, durch den heiligen Johannes den Pfeufer, rufst du uns zur Umkehr. Wir bitten dich. Erleuchte jeden Einzelnen vor uns, damit uns bewusst wird, wo unser dringlichster Punkt zur Umkehr ist. Wir bitten dich, Herr Herr uns. Schenke uns eine gute, vorweihnachtliche Beifte. Wir bitten dich, Herr Herr uns. Wir bitten dich für alle Menschen, die von großen Sorgen die Platt ziehen. Wir bitten dich, Herr Herr uns. Hilf uns, die Möglichkeiten zur Stille und Innereinkehr zu erkennen und unmögliche Zeitreiter und Zerstörer der Stille zu meiden. Wir bitten dich, Herr Herr uns. Berühre die Herzen, die fern von dir leben, womit sie sich bekehren. Wir bitten dich, Herr Herr uns. Wir bitten dich für die Ehepaare, damit sie lernen, einander besser zu verstehen und neu zusammenzubringen. Wir bitten dich, Herr Herr uns. Wir bitten dich für alle, die an Sonnen und Feiertagen in Dienst der Altemeinheit tätig sein müssen. Wir bitten dich, Herr Herr uns. Für unsere lieben Verstorbenen, Herr, vergib ihnen Sünde und Schuld und nimm sie auf in dein himmlisches Reichen. Wir bitten dich, Herr Herr uns. Lebe die Jahre in unsere Sorgen und annehmen, Herr Gott, es wird ans Herz. Hilf Maria, es ist Zeit, unter der warme Herz, Herr. Du bist mächtig, uns ausdrücken und die Pfade zu erlücken. Dein Moment schnippt dir recht. Heil Gott, beteil dich. Nein, du kannst das Herz zu fliegen, dein Kindes nicht verschwinden. Sei dir, dass du unter bist, wo dich unter und grüßt bist. Mit Maria ist es Zeit, unter der Warnersicherheit. Amen.